Warte, geh mal ein bisschen näher ran. Ja, noch ein bisschen. Sicher? Ja, perfekt. Okay, warte, 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 okay. Ja, ich bin soweit. Drei, zwei, eins. Oh, schön. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe GTA-Freunde, zu einem neuen Bro-Video. Wieder mit am Start der gute Denato. Moin, Leute. So, wir sind beim Ziel angekommen, ja? Lass mich mal kurz schauen, sind wir hier denn auch schon richtig? Fahr mal ein bisschen weiter nach rechts und dann die nächste Einfahrt rechts rein, bitte. Die nächste, ja. Was ist denn hier? Ah, oh, oh. Jeder ein oder du bei mir mit? Ich bei dir mit. Oh, warte, was ist das für eine Karre? Ich sag dir, letztes Mal stand hier auch so eine übertriebenste Karre, die war auf jeden Fall noch cooler als diese hier. Vor allem, hier fehlt schon auch die Dings. Ja, die Heck- und Frontscheibe, ne? Ja. Kleine Runde mal mit drehen? Mach's lieber nicht. Okay. Boom! Nein! Penner. Ich wollte noch rausgehen, ich wollte noch rausgehen. Hättest du mich nicht angefangen, richtig in Ruhe gelassen? Ja, ja, du weißt doch, seit dem einen Rennen vertraue ich dir nicht mehr, oder was war das nochmal? So, okay. Hättest du das... Oh, jetzt jagen mich hier die Cops, ey. Ja. Warum das denn? Man darf ja wohl mal seinen Bro-killen. Wo bist du denn? Ey, hör auf, hör auf. Lass mal starten, lass mal starten. Okay, alles klar. Wieso, hast du nicht auf dich geschossen? Nee, ich hab nicht auf dich geschossen, das waren die Bullen. Die jetzt auch auf mich schießen. Okay, komm, hier zum Hubschrauber. Bin drinne? Nein, doch nicht. Jetzt. Okay. Boah, ich hab zwei Sterne. Ich auch. Ich hatte keinen. Okay, wahrscheinlich, weil ich auf dich geschossen hab. So, ich mach mal. Ich mach das mal weg. Alles klar. Gibt's hier nicht ein bisschen Kopfgeld, was hier auf der Map rumläuft? Links, links. Okay, markier mal. Warte, ich muss mal eben... Oh, ich kann das Fahndungslevel nicht entfernen. Siehst du es nicht auf der Karte? Es ist genau rechts unter uns fast. Ach so, krass, ja. Ich bin ein Fisch. Müssen wir halt aufpassen, wenn das ja kein Raketenwerfer hat oder sowas, ne? Ja, ja, müssen wir auf jeden Fall früher schon... Oder ein Stückchen früher runtergehen, ne? Also hier müsste der jetzt ja irgendwo sein. Siehst du schon was? Nee. Ja, doch, doch. Alles klar. Und raus, 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 raus. Siehst du ihn? Ja, aber ich kann nicht auf ihn schießen. Es ist wahrscheinlich seine Wohnung. Das ist seine Wohnung. Ach, scheiße. Ah, Mist. Fast hätten wir ihn ab. Okay, okay, wieder hoch, wieder hoch. Wir warten, bis er rauskommt. Okay. Oh nein! Oh nein! Okay, komm, schnell hier rein ins Auto. Wäre ich nicht? Einfach hier rein. Ja, okay. Oh, ich bin tot. Oh nein, ey. Aus zwei Metern Entfernung schießt er mit seiner Pumpgun auf mich, ey. Krass. Ich bin auch so gut wie tot. Okay, alles klar. So, hier steht doch ein schönes Auto. Willst du da auf jeden Fall schon mal warten und ich hole einen neuen Helikopter? Ähm, ehrlich gesagt, nö. Ich habe zwei Sterne. Ich komme mal kurz mit dir mit. Okay, alles klar. Oh! Bein gebrochen. Nein, Alter! Hör auf! Ganz ehrlich, du Penner, ey. Sorry, was läufst du mir einfach vor das Auto, Mensch? Du siehst doch, dass ich angeschossen bin und flüchte. Oh, wie cool. Okay, er ist auf jeden Fall wieder auf der Straße. Okay, alles klar. Der hat wahrscheinlich gewartet. Der hat gesehen, dass wir kommen. Oh nein. Ich rufe Lester mal an. Versuch mal das jetzt. Alles klar. Wie krass das jetzt auch mit den Pfützen aussieht, wenn es regnet, ne? Das ist so fett, Alter. Das ist, wie gesagt, boah, ich kann das nicht entfernen. Warum nicht? Ach, ersten drei Minuten, krass, ey. Na, egal, kein Problem. Kriegen wir gleich den Helikopter weg. Ach, krass, dies war nur einer da. Ja. Das war, glaube ich, auch das erste Mal, dass da gerade eben zwei standen. Ach, willst du fliegen, oder was? Nö, alles gut. Oh, jetzt ist der zweite auch wieder da. Ach, Mensch. Ho, 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 ich bin getroffen. Ja, vor allem, warum konnte ich gerade auch aus dem Video nicht? Oh, da ist er, guck mal, da ist er, da ist er direkt. Ach so, der kommt zu uns. Ja, der kommt zu uns? Keine Ahnung. Egal. Genau vor uns. Da heizt er, ne? Ja. Ich meine, kann ich jetzt nicht auch irgendwie meine Waffe wechseln? Weiß ich nicht. Das wäre auf jeden Fall richtig cool, wenn du jetzt auch schießen könntest, ne? Ja, schießen kann ich, glaube ich, aber halt nur mit dieser Pillowaffe. Und du musst auf jeden Fall dran denken, ich bin sozusagen, ich schieße von links. Ja. Von draußen. Also, weißt du, du musst immer genau ein bisschen weiter... Ja, schwer so zu schießen. Wie gesagt, ey, wie geil wäre das denn, wenn ich diesen Dings, diesen Raketenwerfer oder so nehmen könnte, weißt du? Ja, das wäre richtig cool. Wobei, wobei das auch natürlich super schwer wäre, ne? Ich sehe ihn nicht mal. Oh nein, wir müssen aufpassen, da sind noch mehrere. Ja, ich drehe, ich drehe, ich drehe. Schade. Wo ist er, wo ist er? Dein. Oh, oh. Oh, 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 oh. Mach langsam, mach langsam. Ja. Siehst du ihn? Irgendwas, wie sieht uns an? Oh nein, scheiße. Florian M., ich würde sagen, den jagen wir jetzt erstmal ein bisschen, oder? Alles klar. Fuck it, dieser Penner, ey. Wie hat denn das gemacht? Das war nicht der, das war nicht der, den wir gejagt haben. Okay. Viel Munition habe ich... Ja doch, das reicht. Okay, da steht eine Karre. Okay, er ist da rechts von uns. Okay, ich glaube, in dem Heli kann das sein. Kommst du hier rein? Fliegt er im Heli? Weiß ich nicht. Da flog auf jeden Fall gerade eben Heli, aber nee, das ist er nicht. Okay. Einer ist auf jeden Fall in einem Jet. Ja, das ist er. Okay. Komm, Jäger zum Gejagten, ne? Fuck, ey. Wieso haben wir eigentlich so ein großes Handlungsleppchen? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich habe gerade zu viel auf die Karte geguckt. Ich versuche, lässt er mal anzunehmen. Das heißt, wir müssen irgendwo hoch auf dem Haus. Ich habe einen Raketenwerfer. Okay, Heli und dann locke ich ihn wieder dahin, okay? Ja, wenn er überhaupt so lange hier fliegt, ey. Ja. So, wo ist es? Wo ist es? Das war hier, glaube ich. Okay, da fliegt er auf jeden Fall in unsere Richtung. Ach, du bist gar nicht mehr an Bord, ne? Ich suche ihn gerade, ehrlich gesagt. Warum habe ich denn immer noch zwei Dings? Komm, komm zu mir. Komm zu mir. Ich bring dich wieder aufs Hochhaus. Ich habe auch immer noch zwei Stände. Okay, ich glaube, der nimmt uns jetzt gleich ins Video. Warst du da aber rechts? Ja, hier und jetzt hier links. Also, die nächste, die nächste. Er ist down. Er ist down, ja, okay. Dann lass uns mal da zu diesem Erdfeld einem gleich fliegen und lass uns mal gucken, ob da vielleicht nicht noch so ein Jet mit ihm steht. Pass auf, das ist ja bei, ne? Ja. Und musst du dich da schnappen? Ja. Ganz komisch, der wurde mir vorhin... Boah. Nice. Nein. Ich schaff's nicht rüber. Mit unserem Toyota, oder was ist das? Das ist so ein Elektromotor, ey. Genau. So fühlt sich das auch an, ey. Ich will erst schießen, weißt du? Wenn ich ihn hundertprozentig habe. Ja. So a la Headshot. Boah. Oh nein, ich hatte ihn perfekt auf Rot. Okay, seinen Reifen hab ich schon mal zwischof. Ja, viel kommt da leider nicht, ne? Boah. Wo fährt er lang? Er steht hier. Schieß nicht Platz, schieß nicht Platz, schieß nicht Platz. Ich bin außer Gefecht. Hast du ihn, hast du ihn? Nein, Digga. Doch. Aber er hab mich auf. Aber nein. Ich hab's gegenseitig. Okay, okay. Fuckin' alter, ey. Alter, die Bullen fahren mich hier an und fahren einfach weiter. Pass auf, er ist hier irgendwo direkt bei dir gespawnt, glaub ich. Ich seh ihn nicht. Für mich sieht's so aus, als ob ihr genau nebeneinander seid. Ach ja, der ist genau vor mir irgendwo. Okay, da fährt er im Auto. Boah. Okay, der haut ab. So, wo müssen wir denn hin? Wo wolltest du denn überhaupt nochmal hin? Zum Heli. Weil er ist, glaub ich, mit seinem Jetfeeder unterwegs. Ist er wieder? Ne, doch nicht. Das hält mich auch überrascht, dass er so schnell wieder ein Jet kriegt. Ja. Naja, wenn er da entsprechend in der Nähe wieder gespawnt ist, kann er da ja rein theoretisch schnell wieder rüber, ne? Wo müssen wir denn hin? Ach, da hinten. Boah, nee. Ja, das stimmt. Alter, was machst du denn da auf dem Boden? Wo willst du denn hin, Digga? Ich hole einen Heli. Und dann will ich zum Flugfeld. Zum Airfield. Aber was soll das denn? Ja, und dann? Und dann? Gehen wir zum Flughafen. Digga, warum machst du das nochmal? Weiß ich nicht. Nicht mit Absicht. Komm, was ist denn? Das ist... Ey, was ist denn los? Komm, jetzt steig ein. Au. Und dann schnappen wir uns auf jeden Fall einen Jet, okay? Mhm. Genau, ich fahr dich jetzt. Oder was sagst du? Ja, alles klar. Wobei, ich weiß nicht. Wir könnten auch irgendwie... An einer Mission oder so ein bisschen weitermachen. Weil mit Jets sind wir ja schon geflogen. Also wenn die Zuschauer das nochmal sehen wollen, dann können sie es ja in die Kommentare schreiben. Okay, alles klar. Was für eine Mission willst du denn machen? Ich habe eine Einladung von Lamar und eine von Simon. Alles klar. Dann... Radikalkur oder... Ja, würde ich sagen. Ein bis zwei Spieler. Alles klar. Machen wir. Ich lade dich gleich ein. Okay, gib Gas. Okay, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, ich kümmere mich so lange um die Bullen, weil sie abknallen. Aber dann sind sie doch noch weggefahren. Okay. Zack. 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 So, Einladung müsste kommen. Jo, ist schon da. Radikalkur 2. Oh, sehe ich jetzt erst. Oh, sorry, ich habe schon gestaltet. Ja, egal. Ich bin ja dabei. Kommen wir leider keine Panzerung kaufen, keine Munition, aber egal. Jeder das, was er verdient. Ach so, du bist gar nicht drinnen, ne? Ne, ich bin hier hinter dir. Ich fahre hinter dir, ja. Ich will mitfahren. Der war jetzt die Geile. Ja. Auf jeden Fall. So, wie weit ist das hier? Zwei Kilometer. Das ist entspannt. Zum Glück ist mein Wagen hier nicht. So genau, wieder zur Sau gefahren. Was war das? Alter, aber das... Komisch. Es ist auf jeden Fall explodiert, die ganze Nähe. Ja, ja, ja. Vor allem haben wir jetzt einen Stern. Hast du irgendwas gemacht? Ganz sicher nicht, Digga. Okay. Guck mal, die Scheiben sind noch heile. Ja. Hinten zumindest. Ja, an der Seite auch. Guck mal, jetzt schlage ich sie ein. Jetzt haben wir zwei Sterne. Ich gucke mal, ob ich Lester anrufe. Das nervt ja. Ja. Ach, was ich noch sagen wollte. Dein Fahrzeug ist bestimmt noch in der Werkstatt von meiner letzten Fahrt, ne? Ja, ja. Deswegen. Wir könnten nach der Mission übrigens auch mal zur Bank gehen oder zum Geldautomaten. Bio, das ist eine gute Idee. So, okay, Parkplatz. Da sind wir. Jetzt? Den gelben Benji. Okay, ich fahr. Jetzt zerstöre die Autos. Warte ganz kurz. Das machen wir ganz einfach. Ach ja, du hast ja, ne? Natürlich. Geh du schon mal wieder ins Fluchtfahrzeug. Alles klar. Was gibt ein schönes Feuerwerk? Ein schönes Feuerwerk, genau. So, ich setze mich zu dir rein und dann gucken wir uns das Spektakel an, oder? Ja. Okay, warte. Ich will in die Ego-Perspektive gleich. Ja, geil. Mach ich auch. Okay. Warte. Geh mal ein bisschen näher ran. Ja, noch ein bisschen. Sicher? Ja, perfekt. Bist du soweit? Warte, warte. Okay. Ja, ich bin soweit. Drei, zwei, eins. Was schön. Was? Ich glaube, diesen gelben... Was glaub ich? Ich glaube, diesen gelben Banshee, den hätten wir dann auch rausholen müssen. Ach so. Scheiße. Na ja, machen wir mal direkt Neustart, ne? Ja, würde ich es auch sagen, ne? Verdammt. Verdammt. Und das war's, ja. Und das war's, ja. Open Atom. So. Fahr du mal, ja. Oh nein. Ja, sicher. Mit deinem Auto fahr ich nicht. Nicht mehr. So, dann gehe ich nämlich nochmal direkt in die Ego. Und dann schauen wir uns das mal ein bisschen an. Wie du fährst. Ach, da sind wir ja schon wieder. So. So, denk dran. Der gelbe Banshee darf nichts passieren. Okay, dann würde ich sagen, fahr den nochmal weg. Nee, du fährst ja weg. Okay. Ich platziere die Bomben. Alter, aber was für schöne Karin. Ja. Schade, schade, schade. Den würde ich gerne behalten wollen. Alter. Okay, und das Ganze nochmal. Oh, schön im Cabrio. Wie romantisch. Ich habe für uns ein Privatfeuerwerk organisiert. Bist du soweit? Ja, ich bin soweit. Drei, zwei, eins. Schön. Applaus. Und wie beim letzten Mal hast du es nicht geschafft, den hier vorne zur Explosion zu bringen. Aber warum nicht? Weiß ich nicht. Der braucht wahrscheinlich zwei. Der braucht zwei. Mach mal schnell, mach mal schnell, die Bullen kommen. Okay, doch. So. Schnauze voll hier. So, jetzt von den Bullen abhauen und das war's, ja? Ja, genau. Oh, drei Sternen ist ja lächerlich. Oh Gott, mit Brut zum Cabrio. Das heißt, ich halte mich fast. Oh Gott, ein Auto. Und der steht doch schon. Wißt du, wie ich sitze? Ja, ich bin es nicht mehr. Oh, Digga. Was denn? Ist doch alles gut. Nichts passiert. Reiß dich mal zusammen. Du weißt, dass du mal in die Seitenstraßen fahren solltest, ne? Und nicht auf die Autobahn, wo uns der Heli direkt hat. Ich fahr jetzt da hinten in die City, da wird da wohl irgendwo in der Tiefgarage sein oder sowas. Hört sich gut an. Hört sich nach dem Plan an. So, kann man hier irgendwo links ab? Ja, hier. Geht auf weg da! Ja, zieh. Sauber. Vielleicht machen wir noch ein bisschen weiter nach hinten, ne? Oh, das könnte geklappt haben. Ganz viel Glück. Ne, wir sind hier noch. Ne. Ah, scheiße. Egal, den Heli, denke ich mal, sind wir los. Ja, wobei, der kommt ja wieder. Die anderen geben sozusagen ja unsere Position durch. Okay. Okay, jetzt geht es gleich hart rechts. Ah, schade. Meinst du das hier? Ne, aber da, ich fahr gerade auch, na, ah! Hier links, 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 hier links. Das ist ein Parkhaus. Okay, okay, alles klar. Okay, fahr noch einmal einen Block sozusagen. Oh, nein, 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 da kannst du... Nein, scheiße. Ja, das hat keiner gesehen. Das hat keiner gesehen. Perfekt. War nicht so nah an die Dings und sieht der Heli dich. Ja, fahr ruhig noch ein bisschen höher. Okay, warte mal kurz hier. Okay. Ja, okay. Tuck dich. Okay. Das sieht doch jetzt gut aus. Oh nein, der kommt bestimmt. Ich hab mal ne Frage. Kannst du mal so machen, dass du mich gut siehst, guck mich mal an der Ego-Perspektive an. Warte. Hä, wieso wechselt er mich? Ah, jetzt. Okay, ich guck dich an. Okay, ich hab ne Frage. Oh nein. Oh nein. Oh, wo kommen die denn her? Keine Ahnung, ey. Hä? Wo kommen die denn her? Keine Ahnung. Da wollte ich dich schön zum Ficken herausfordern. Ähm, zum Beischlaf einladen. Oh nein, ey. Also du weißt, was ich als Thumbnail sehen will. Ja. Christu. Und wie nennen wir die Folge Beischlaf, oder was? Ja. Okay, gibt's hier oben ne Sprungschanze? Ähm, bestimmt. Okay, mit dem Heli ist das jetzt natürlich nicht. Oh yes. Ich würde sagen. Muss sein. Muss sein, ne? Pull aus, zieh durch. Ja, perfekt. Nice. Der Baum, der Baum. Und du hast die abgehängt. Perfekt. Schönes Ding. Easy peasy. Puh. Boah. Und jetzt fängt das Auto an zu brennen und kaputt. Oh ja, war eigentlich vorsichtig jetzt. Viel fehlt wirklich nicht mehr. Aber da vorne ist es ja schon. Ganz kurz, ne? Bevor du, ähm, angekommen bist, ne? Guck noch meine Ego-Perspektive an, ich will nochmal, ich hab noch was für dich. Das hast du wirklich toll gemacht. Wirklich. Ich bin stolz. Warte mal. Geil. Ja, schade, ich dachte, der klatscht mehrmals. Ja. Ich hab da ehrlich gesagt auch ein bisschen mehr erwartet. Nun gut, haben wir es auf jeden Fall geschafft. Dann schauen wir mal schnell, was wir da noch Schönes für kriegen. Also Leute jagen müssen wir auch nochmal ein bisschen besser üben. Ja, auf jeden Fall. Das müssen wir mal ein bisschen mehr machen, würde ich sagen. Boah, aber 10.560. Lecker. Der schmeckt mal richtig lecker. Du sagst es. Nun gut, liebe Freunde. Sollte euch die Folge gefallen haben, vergesst nicht einen Daumen nach oben da zu lassen. Würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Und schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein, wenn es heißt Let's Play GTA 5 Online. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.